Das ist gar nicht einfach. Ich glaube, letztes Mal habe ich es wirklich in einer Schwierigkeitsstufe niedriger gespielt. War das alles ein bisschen einfacher. Aber an diesen Kampf hier erinnere ich mich, der war tatsächlich damals schon extrem schwer. Also, was heißt extrem schwer, aber schon einer der herausfordernderen Kämpfe. So, wir versuchen das von hier aus nochmal mit der Sniper Rifle. Können wir so schön einen nach dem anderen ausschalten. Moment, der braucht Feuer. Alter, hilf mir doch mal, Morten. So, ich will hier meine Sniper-Munition nicht verbraten an dem. Sehr schön. Ah, der braucht wieder Feuer. Noch mehr Feuer. Noch mehr Feuer. Scheiß Krogan, ohne Witz. So, jetzt... Ah, scheiße, war ich zu voreilig. So, Action. Action, action, action. Shutter geschlossen. Oh, nein, 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 nicht hinhocken. Ah, Shutter obstructed, was soll das denn? Scheiße. Okay, das war nix. Fuck. Das heißt, ich muss nicht nur den Knopf drücken, ich muss dann auch noch... ...dann auch aufpassen, dass da keiner reinläuft. So, jetzt aber. Das war der letzte Schuss. Das war's, okay, das war's. Alles klar. Ist gerade wohl, wo mir die Munition ausgegangen ist? Ja, natürlich. Okay, aber ich muss die Waffe wechseln. Ich hab da... Scheiße, jetzt ist er plötzlich schnell geworden. Bin schon fast unterwegs. Fast unterwegs. Irgendjemand ist blockt. Ah, irgendjemand ist gefallen. Morden hat's erwischt. Das ist natürlich tragisch. So, Action, Freunde, Action. Ja, 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 ich bin unterwegs, bin unterwegs. Ich muss nur grad ein bisschen Munition aufsammeln. Nein. Oh, Mann. Okay. Kein Problem. Ah, ja, pass auf. So. So, und. Moment, haben wir gleich. You won't take me alive. Da hast du verdammt recht, Junge. Braucht dich nicht lebend. So, Sekunde, ich muss grad mal mein Sniper-Rifle nachladen. Ich bin doch hier. Hm. Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang, to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vortia showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the blue suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on in. Look out! Ah. Dammit, I thought I took that thing out already. Boah, Leute, geht in Deckung. Was steht denn hier da rum? They're offloading troops. Watch your back. Ah, da hat jemand Schilde. Ich hab überhaupt nichts gegen Schilde. Nichts, was eventuell helfen könnte. Naja. Selbst so ein Sniper-Schuss macht nicht viel Schaden. Ah, schon wieder Schilde. Was ist denn da los? So, Armor. Damit kann ich umgehen. Das ist schon deutlich besser. Ah, ich muss nachladen. Verdammt. Ja, bisschen noch. Und down. Die gutste. Ah, scheiße. Moment, ich sammle gerade noch Munition auf. Munition, Munition. Noch mehr. So, von mir aus können wir jetzt... Ah, Moment. Der da oben, den pullen wir da mal weg. Kann der da schon mal keinen Schaden mehr anrichten. Oh. Sekunde. Was war das denn? Was explodiert denn hier die ganze Zeit? So nicht, Freunde. So nicht. Den leide ich gern, genau. So, hier kommt so schnell keiner hoch. Das mal klar ist. Damit ist schon wieder Schilde. Jetzt hat er keine Schilde mehr. Scheiße, der ging daneben. Ah, ich hab nichts gegen Schilde. Verdammt. So, und Action. Ich hab schon wieder keine Munition mehr. Oh, Mann. Kein Scheiß. Okay, aber er hat nicht full health. Das hat mir die Aktion gebracht. Hallo, ich würd gern... Hallo? Warum hat der die Aktion nicht gemacht? So, Action hier. So, Moment. Heilen? Ach, kann ich jetzt nicht, weil ich eine andere Aktion gemacht hab? Steh auf. Deckung. Neue Deckung. So, ich würd gern Unity einsetzen. Uiuiui. Wow. Alles klar. Weißt du Bescheid. Scheiße, die bringen irgendwie nicht viel. Die Incinerates hier. Die Incinerates hier. Scheiße, hab ich noch Heavy? Ne, ich hab keine Heavy Weapon Ammo mehr. Fuck, neue Deckung. Und... Ah, doch, das hat jetzt was gebracht. Komisch, eben hat's noch nichts gebracht. Okay, mit der Sniper-Rifle maul ich, glaub ich, relativ viel Schaden. Ah, nachladen. Okay, das ist nicht ohne. Das hält einiges aus. So, hier ist noch Munition. Na, ich würd dir jetzt lädt er wieder... Wieder seine Leute da ab, oder? Oder? Sehr gut, der saß. Viel fehlt nicht mehr. Viel fehlt nicht mehr. Gleich haben wir ihn. Jawoll! Huh. Gareth? Scheiße, mach keinen Scheiß. Oh, nein. Oh, nein. No kidding. Der klang auch nicht gut. Scheiße. Gareth, da hab ich ihn gerade rausgeholt und da schießen sie ihm jetzt so klumpen. Find ich nicht nett. Echt nicht nett. Na gut, dafür haben wir drei Merc-Bands ausgeschaltet. Bin gespannt, was Arya darüber dazu zu sagen hat. Wenn überhaupt. Nein. Scheiße. Die Docs corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Hey. Shepard. Heh. Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Hell, Garris, you were always ugly. Flap some face paint on there, and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Dammit, my face is barely holding together as it is. Ah, probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? That's why I'm glad you're here, Garris. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side. You realize this plan has me walking into hell, too. Hm. Just like old times. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see, what I can do with the forward batteries. Oh, no, no, Garris. Garris is wieder dabei. Herrlich. Ah, super. Okay, dann gucken wir uns gerade mal an, was wir noch alles erforschen können, eventuell. Weapon upgrades. Assault rifle damage brauche ich. Kann ich nicht benutzen. Submachine gun damage. Kostet 2500 Iridium. Neue sniper rifle. Könnte ich erforschen, aber ich brauche eine sniper rifle damage upgrade Funktion zusätzlich. Zusätzlich, pardon. Habe ich aber nicht. So, Armor Upgrades. Das haben wir hier. Medi-Jug Capacity. Könnte ich erforschen. Kostet mich 5000 Platinum. Tag damage. Oh, das will ich haben. Das, okay. Das kostet Element Zero, was sehr, sehr selten ist. Aber das ist für mich ja optimal. Tag damage ist ja genau das, was ich mache. Medi-Jug 5000 Platinum. Ja, komm. Kann nicht schaden. Vor allem, nachdem ich gemerkt habe, dass diese Kämpfe dann doch einigermaßen tough sind. Ja genau, das ging nicht. Dann haben wir noch Armor Upgrades. Trauma Modul. Was ist das? Unity heals your squad to full health. Ja. Irgendwann ja. Aber im Moment ist mir das zu teuer, weil das ungefähr alles kosten würde, was ich besitze. Ship Enhancements. The Normandy represents the cutting edge of Cerberus Fleet Technology, but further improvements are possible and could assist you in succeeding in missions. Discover possible enhancements by talking to your crew. Was haben wir da? Das Mad Bay Upgrade. Hat Dr. Chuck was schon vorgeschlagen? Da fehlt uns natürlich noch ein Arsch voll Platinum. Das ist About. Das ist unwichtig. Okay, was haben wir da noch? Wir haben noch den Missile Launcher. Den können nicht erforschen. Na. Oder das Modern Omnitool. Damit bekommt Modern mehr Tech Power Damage. Aha, es kostet aber auch alles, was ich an Element Zero habe. Und gerade Element Zero? Na, nee. Später vielleicht mal. Heavy Skin Weave. Ja, das sind die Sachen, die ich mir gekauft oder erforscht habe, weil da kann ich nichts mitmachen. Da kann ich leider nichts mitmachen. Okay, dann reden wir nochmal mit Modern. Shepard, wie kann ich helfen? Hast du eine Minute, um zu sprechen? Ja, wir haben das eigentlich gesagt. Wir haben vorhin gesprochen, Zeit mit speziellen Zeitungen. Die Tasks Group, Studying Genophage, wasn't entirely honest, lie, of omission. Also, other kinds, need to clear the air. Mission too important to keep secrets. Work on Genophage was more than just study. What was the Special Task Group doing with the Krogan Genophage? Study at first, as I said, but uncovered surprising data. Krogan population was increasing at faster rate than expected. Krogan were adapting to Genophage, overcoming disease. Did the Krogan evolve? Or did some of their scientists develop a treatment? Krogan scientists? Never met Krogan scientists worthy of term. No. Natural evolution. Krogan physiology, incredibly durable. Organ redundancy, backup systems, cellular regeneration. Genophage like any other natural hazard. Krogan evolved past it. Maybe they were just having a lucky year. Or fewer mercs left, meaning more Krogan were left to repopulate. Please, Shepard. Social, environmental concerns accounted for. Not an undergraduate. Population spike caused by adaptation to Genophage. No other possibility. What did your team do when it learned that the Krogan were overcoming the Genophage? Personally led a science team. Geneticists, chemists, sociologists, mathematicians. Created new version of Genophage. Released it onto Chanka. Other Krogan-centric areas. Re-stabilized Krogan population. You never considered other options? Hundreds. Thousands. Modified Genophage offered best outcome. Stabilized population. Avoided publicity that could incite Krogan anger. Averted potential genocide. Or devastating war. Best solution for whole galaxy. Krogan included. How did you distribute the Modified Genophage? Covert drops. Hospitals, clan centers, water supplies. Very difficult. Few Salarians onto Chanka. Team got caught a few times. Had to fight free. Messy. Better when things went as planned. How did your Genophage modification work? Krogan Evolution attached garbage genetic code to Genophage attack sites. Modification created other areas for garbage code to connect. Left sites clean, capable, running smoothly. I doubt you've told many people about this, Morton. I appreciate you letting me know. Wanted you to know I'm willing to do what's necessary. Should get back to work. Talk more later. Next time tissue synthesis has to compile. Good for free time. alles andere auszuladieren. Das ist eine tatsächliche Bedrohung. Auf der anderen Seite wird hier die Population künstlich klein gehalten und Geburtenkontrolle ohne Zustimmung betrieben. Das ist natürlich alles so ein bisschen moralisch fragwürdig. Aber ich halte mich da mal so ein bisschen raus. Ich bleibe mal so ein bisschen in der Mitte. weil er gab ja auch die Möglichkeit nichts dazu zu sagen, also, ne, weder gut noch schlecht darauf zu reagieren. Commander, kann ich dir helfen mit etwas? Ich bin eher interessiert in nur noch ein bisschen zu sprechen. Die mehr gut du bist, desto mehr sie wollen, desto mehr zu sagen, dass etwas brauchst. Was hat dich zu Cerberus gebracht? Die Allianz hat mich nach Eden Prime geschehen. Ich habe einen Job mit Miranda mit dem Cerberus behandelt, wie ein Audition. Und hier bin ich. Du bist nicht so, wie ein Resultat-at-All-Cost-Kind-einiger Typ. Cerberus-Historie ist nicht auf dich? Die Allianz ist alles politik. Werden muss die schlechten Menschen wegnehmen. Cerberus hält die Linie, ich bin auf ihrer Seite. Was war dein Karriere-Karriere? Der Job, der ich am Proudest auf war, war nicht für die Allianz. Niemand wirklich weiß es. Eine Batarien-Gruppe war es, um ein Virus zu verbrechen und zu zerstören. Miranda und ich es. Es ist schwierig, dass es nicht größer News war. Die reale Arbeit wird nicht publikiert. Sie sagen, es ist besser, dass die Leute nicht wissen, wie fröhlich das System ist, oder wie nahe die Schmerzen können. Also, es nie passiert. Wie du und der Reaper. Und deswegen bin ich hier. Du hast keine Entschuldigung für das, was du musst. Ich liebe das. Ich kann nicht zurück nach der Allianz. Nicht nach dem Cover-Up. Sie tun das gleiche zu dir. General Publik nie wusste, dass du tot bist, oder hörst die reale Geschichte der Citadel. Sie wissen, dass sie dich auf Anbietern benutzt haben? Du warst der Mensch ideal für etwa sechs Monate. Dann haben sie dich mit einer Composite-Image entwickelt. Ich glaube, dass du nicht richtig fokussiert bist. Du warst eigentlich der Allianz Poster-Boy, und sie haben dich trotzdem verabschiedet. Ich mag es nicht. Aber ich kann den Vorteil sehen, wenn man ein paar Dinge aus dem Publikum behauptet. Vielleicht. Und Cerberus ist auch nicht genau transparent. Wo geht ein honest Soldier, Shepard? Hier? Ich glaube so. Ich bin glücklich, dass ich nicht in deiner Stimme bin. Es wird ein schwerer Reise sein. Ich sollte zurück zu arbeiten. Schön, zu dir zu sprechen, Shepard. Oh, Renegade-Punkte bekommen. Interessant. Commander, kann ich dir mit etwas helfen? Any thoughts on how to prepare against the Collectors? They specced this ship to the original Normandy. But you were there. The Collectors cut her like butter. This armor just isn't top of the line anymore. People will die, if we don't upgrade. Alliance had some new toys in secret dead before I left. I could try and pull a few favors. Ha, schön. Ship enhancements. Heavy ship armor. Na, ist ein bisschen teuer, aber... Ja, cool.